Was ist die Zukunft der Kunstherz? Das Zürich-Hart-Projekt beschäftigt sich mit diesem Thema und wir sind hier in Zürich in der einzigartigen Situation, dass wir mit den Forschern der ETH, der Universität Zürich, dem USZ, zusammen mit den Leuten aus dem Herzzentrum Berlin eine interdisziplinäre Forschungsgruppe aufgebaut haben, die es schaffen wird, viele dieser Probleme zu lösen. Das Forscherumfeld hier in Zürich ist einmalig und ich glaube, es ist nur an diesem Ort möglich, diese Therapien weiterzuentwickeln und das Kunstherz der Zukunft zu bauen. Wir sind sehr froh, dass wir mit vielen Ingenieuren, Informatikern und Klinikern zusammen dieses Projekt bearbeiten und ich bin ziemlich sicher, dass wir schon bald einen großen Erfolg haben werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 descartiert wurde im Namen in Zürich in Zürich Europas Vielen Dank.